so meine freunde hier bin ich wieder bei einem neuen video eigentlich habe ich gesagt mache ich heute diese ganzen götter aber ich habe mir noch nicht die moves angesehen und zwar die götter haben sozusagen die ganzen moves von den mods die ich schon mal getestet habe das heißt also diese ganzen götter habe ich schon mal getestet deswegen werde ich jetzt werde ich es jetzt nicht noch mal machen jetzt bin ich böse wir werden auf jeden fall werde ich euch das video hoffentlich runter verlinken oder 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 verlegen am ende wenn ich das vergesse schreibt es bitte in die kommentare aber ich habe diese ganzen götter schon getestet ich kann euch gerne wie gesagt das video verlinken wir sind nämlich gar nicht diesen ganz cool aber noch mal zu machen das ist er naja ist ja mal so nicht nötig aber dafür als trostpreis haben wir auf jeden fall dieses zogoku die auch mir von der community geschenkt geschickt wurde von der community ist und dieser goku ist krass wir spielen mal gegen den brode den habe ich zwar schon aufgenommen wenn ihr den sehen werdet ihr es schon hochgeladen und der boli ist genauso heftig wie dieser zogoku also die sind beide mega mega krass und wir gehen einfach mal hier rein würde ich sagen und ja ich kann euch ja den brode gleich auch noch mal ganz schnell zeigen wie gesagt er ist von den habe ich aber schon mal gezeigt ich werde gleich erstmal den brode zeigen was der alles drauf hat also die zogoku ist auch sowas von fucking nice ich weiß und ich habe leider kein download für ihn ich kann euch den download natürlich nur geben über den discord sonst also über mein discord sonst nicht und ja wie vor allem mit brawli und jetzt eigentlich ganz normale attacke vor allem sowas hammer ja sorry drückt jetzt wenig null dann haben wir natürlich die schöne form hier zack ich liebe es und vor allem das hier beste transformation die ich bis jetzt je gesehen habe und die letzte form ich liebe diesen mod der ist so hammer aber heute sollte nicht in den brode gehen wie gesagt den hatten wir schon wir haben ja einen goku und zwar dieser google kann eigentlich ja nicht wirklich viel aber seine olc sind echt hammer muss man schon sagen und ja wir können es verwandeln bis zum superstation 3 das wird aber erstmal nicht so nötig sein aus gottra singa muss ja gegen brodie eingesetzt haben haben wir ja auch was könnten wir eigentlich mal machen stimmt neu weil meine lieblings brodie form ich weiß ich bin die karine form richtig weiß 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 ich wie es bei euch ist ich finde es cool klar wir können leider gott das nicht in den superstation gott verwandeln also wo der hingeht das tut weh war cool und erzählt sowas von vielen ich finde coole attacke wie findet ihr die vor allem wenn er so den arm hoch hält ich finde das cool das hat irgendwas finde ich aber ich werde mal davon eine kleine screenshot machen ja aber ich werde das natürlich nicht nehmen weil ich jetzt mal als hat mir etwas anderes kann ich ja mal zeigen ihr könnt auf jeden fall in superstation 3 verwandeln aber wie gesagt darum soll es ja nicht gehen denn wir haben wir hier noch eine schöne die schönen olc sind echt also die olc haben sie sich richtig mühe mitgegeben also ja ja dann machen wir das deathbowl kam ja mehr ja einmal das sieht schon hammer aus aber wir haben noch die rache todesbald dafür so ja das ist bestimmte kack attacke die attack ist so heftig und so wir haben hier aber wir können ja mal auch in superstation 30 mein gott bevor wir hier einsetzen war ja nicht getroffen war ja nicht getroffen war ja nicht getroffen war ja eigentlich ganz normal so genau wir müssen dafür natürlich die gesundheit auf unbegrenzt machen wenn wir die nächste ulti einsetzen möchten dieses ist nämlich echt hammer so wir machen den rache todesball wir verhandeln uns nehmen zu besagen 1 2 2 3 4 aber das ist noch nicht genug 3 noch mal die drache todesball 2 2 noch mal drache todesball 2 2 noch mal drache todesball es ist hammer selten so eine geile mod gesehen so machen so und jetzt noch mal dass das hammer 1321 ach eins also das hat auf jeden fall gesetzlich für die attacke sowas von nice ob sie wollte ich gar nicht einsetzen ich finde das sieht hammer aus vor allem das hier so und dann aber kann aber gar nicht so richtiges titelbild daraus machen weil man weiß ja nicht so was rüberbringen soll dass man keine ahnung das ist schwierig dieser mod ist so heftig bei der fresse das ist so ein geiler mod 1 also jetzt haben wir das nicht aufgeladen ich finde es hammer ich finde es mega geil was sagt ihr zu diesem mod findet ihr ihn cool findet ihr das cool sagt ihr nein das ist zu übertrieben nein das sieht scheiße aus kann alles sein ich finde es geil ich finde sowas von nice das ist so hammer ich hoffe euch hat dieser mod natürlich wieder gefallen da kann ich aber auch mal zeigen wie das aussieht wenn ich jetzt mit den super 3 eine ult mache wir wandeln uns eben in super 4 und dann geht es halt wieder runter genau aber ich hoffe natürlich euch hat dieser mod gefallen wir sehen uns auf jeden fall beim nächsten mal wieder wenn ich wieder einen neuen mod habe und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen tag haut rein das nächste mal und ciao